einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu den mallorca news ich habe es ehrlicherweise versucht heute aus dem studio das ganze zu senden ich bin ein wenig gescheitert an den temperaturen und an den angriffen der insekten immer wieder haben sie mich gepiesackt also raus und ein open air news video gedreht ja ich hoffe es gefällt euch mit diesem hintergrund mehr konnte ich mir nicht leisten aber was gibt schöneres als dies klare wasser diese wellen ein kleines bisschen wind und der wind ist genau das problem weshalb natürlich diese news manchmal nicht so angenehm zu hören sind und deswegen ich sie lieber aus dem studio sende aus meinem mini studio und ja ich hoffe es geht heute ich habe mich extra so platziert dass der wind uns hoffentlich nicht so sehr schade man hört das selber gar nicht so sehr man hört es erst später anhand der mikros weil was soll mir schon ein bisschen wind anhaben es ist ja angenehm auf der haut ja wir fangen an mit dem wetter das beherrschende thema und was könnte es positiveres geben als den tag morgen schon beginn mit richtung 30 grad allerdings kommen wir aus einer tropischen nacht was das schlafen natürlich etwas schwieriger macht da würde man sich schon eine kleine erfrischung wünschen die nur die klimaanlage erreichen kann also abends klima alles runter kühlen und dann versuchen durch die nacht zu kommen wir hatten gestern temperaturen gestern war dienstag der 14 juni temperaturen auf der insel in der inselmitte bis 37 grad sehr angenehm was teilweise am meer wenn eine leichte prise weht das gelinde vorbei geflogen die alte gelinde sie läuft mir hinterher aber das ist nicht das thema ja am meer ging es sehr erfrischend und ein sprung ins kühle nass ist selbst etwas für solche laumichel wie mich die wirklich gefühlt nur bei badewandtemperaturen ins meer springen also das war gestern eine herrliche erfrischung und ja so kann es weitergehen und so geht es auch weiter also zumindest bis einschließlich sonntag kann man das schon ganz sicher vorhersagen bleibt es so heiß bleibt es so tropisch in der nacht und temperaturen richtung 35 grad gerade freitag ganz ganz sicher auch heute also urlaubs herz was willst du mehr übrigens aus richtung norden hört man ja jetzt kommt die hitze auch nach deutschland österreich schweiz holland und überall hin ja haltet durch wir hier sind es ja schon gewohnt also wenn man von hier zurück nach deutschland kommen ich glaube dann kriegt man das ganz gut hin das nächste thema auf dass wir eingehen müssen und wollen um es einmal ein bisschen einzuordnen party tourismus auf mallorca die initiativen rund um die playa de palma sehen sich ein bisschen auf verlorene posten es wird bemängelt dass schon angetrunkene leute nach mallorca fliegen hier grönt den tag öffnen und so ein ganz schlechtes licht auf den tourismus in manchen gegenden werfen das ist nicht nur aber arenal das ist auch magaluf das ist auch in calaradiada der fall und überall dort wo party locations zu finden sind es ist für viele das wird bemängelt so selbstverständlich weil ganz mallorca als ballermann zu sehen und ballermann ist so negativ behaftet ballermann gleich gegöle lärm und alkohol in großen mengen ja das haben wir gemacht wir haben mal uns ja ein bisschen umgeschaut ein video dazu und der playa de palma folgt es gibt sehr sehr viele negative punkte aber auch positives es sind natürlich so viele leute zurzeit auf achse wie selten zuvor der nachholbedarf ist riesig zwei jahre verzichten hieß für viele auch verzichten auf party leute treffen und vieles mehr und was ist denn die meinung der leute hier wenn man sie befragt zu den touristen die hierher kommen die meinung ist im wirklichen leben sind das alles ganz vernünftige leute und die menge oder die masse der menschen die hierher kommen um urlaub zu machen benimmt sich auch so aber die feiernden und speziell die gruppen mal sind es reine frauengruppen mal reine männergruppen in der regel aber auch gemischte gruppen die so ist hier die einhellige meinung die müssen sich etwas beweisen es droht oft die eskalation und nein zu sagen gehört sich nicht nicht mitzumachen sich abzusondern aus der gruppe wird nicht akzeptiert und von daher ja macht man eben mit was man oftmals auch gar nicht machen möchte das sind so die aussagen derjenigen wenn sie mal ehrlich darüber sprechen bemängelt wird das und das wird tatsächlich auch von den leuten bemängelt dass keine polizeipräsenz mehr an der kleia zum beispiel ist also man sieht ganz selten noch polizeistreifen und so weiter wie die letzten zwei jahre da hat man dort eine starke präsenz gezeigt und das wird bemängelt dort ist so ein bisschen das gefühl von sicherheit vielleicht auch ein stück wie ein stück verloren gegangen so ein paar dinge die wir stichpunktartig einmal erarbeitet haben zum beispiel gibt es auch gruppen von bikern die fahren nicht durch irgendwelche grünen landschaften und auch nicht nur durchs tramontaner gebirge nein es ist schick nacht und wir sprechen über zeiten nacht 22 uhr mit zwölf bis 15 bikern auf richtig schweren maschinen amerikanischer herkunft zum beispiel knatternd durch hotelanlagen zu brettern und an der pleia de palma entlang das ist geschehen vor ein paar tagen und das ist auch kein einzelfall und es ist einfach schick lärm zu machen sie finden es richtig cool und wenn sie dann abends in ihrem bett liegen würden sie es wahrscheinlich nicht mehr so cool finden wenn jemand vor ihrem schlafzimmer solch einen krach macht das betrifft aber auch alle anderen fortbewegungsmittel hier gibt es ja treiks und quarts und was nicht alles und diese werden bewegt auch nicht in grünen landschaften wo es vielleicht mal nicht so schlimm ist wenn es mal ein bisschen lauter wird das motorgeräusch oder der auspuff sondern es ist einfach cool durch über dem boulevard von pagerra zu knattern und den leuten zu zeigen ja wir sind da und wir feiern hier wie wir möchten das sind so die hilfsmittel die man benutzt dazu gehört aber auch erworbene megaphone von den helmuts die die hier verkaufen für wenig geld man schreit da rein und hört zehnmal so laut es kriegt und kreischt ohne ende und die leute die dort rein sprechen finden es lustig und dann geht man nachts zu seinem hotel kommt von der feierei und bei nachts sprechen wir von zwei drei vier fünf uhr morgens vor dem hell werden und dann ist es einfach so cool so ins hotel zurückzukehren ja entschuldigung dass ich lachen muss es ist nicht zu lachen zum lachen es ist einfach ein trauerspiel so wird das hier auch dargestellt die helmuts es werden immer mehr aber es wird einheitliche meinung es wird gesagt die sind alle nett das sind nette burschen damit kommen wir schon klar dass wir zehn zwanzig mal am abend angesprochen werden wir stellen dann irgendwann auf durchzug und dann geht es halt schon wer zurückgekehrt ist das sind die hütchenspieler und das sind die frauen die auf männerfang sind in der nacht sie haben aber wirklich mal ehrlich zu sagen keine keine guten absichten sie wollen an die taschen sie wollen an das große geld und das wirklich einfach und das mit möglichst wenig gegen wer und wer leistet wenig gegen wer das sind männer die dann nach hause gehen und nicht mehr in dem körperlichen zustand sind wie zu tagesbeginn sie schwächeln weil sie aus den lokalen kommen jeder weiß was wir damit meinen und wie wir es aufgegriffen haben natürlich muss man sagen die lokale verfolgen hier eine stramme linie sie haben aufgerüstet sie haben sich qualitativ unwahrscheinlich verbessert auch mega park und bielkönig bei bielkönig vielleicht nicht ganz so zu erkennen aber sie haben aufgerüstet und sie legen mehr wert auf den dresscode und alles was damit zusammenhängt wenn es eskalation gibt damit meinen wir nicht singen und alles sondern damit wird gemeint streitereien respektlosigkeit und so weiter es darf dort drin gefeiert gesungen gelacht und gekreischt werden das ist wirklich kein problem und dort ist läuft das auch in gordon bahn und das video was wir bringen werden heute wahrscheinlich noch im laufe des tages oder des abends stellt das eigentlich auch da vor dem lokal wird brav angestanden man wird kontrolliert der laden wird voll gemacht sag ich mal aber nicht übervoll denn wenn stopp ist ist stopp und davon können wir uns überzeugen ja das problem ist nicht drin sondern das problem ist draußen an den mauern des strandes liegt müll in hülle und fülle obwohl dort behältnisse vorzufinden sind das nervt auch viele leute hier die fragen sich warum achtet da niemand drauf warum kommt keiner vorbei und setzt die regeln um das kommt wirklich aus den kreisen auch der feiernden nur nicht natürlich von den paar die es verursachen die sagen bei leute wir haben hier bezahlt wir haben sehr teuer bezahlt wir zahlen die teuersten flüge des jahres und wir zahlen für drei vier fünf tage hohe hotelkosten was wollt ihr denn unser geld möchtet ihr haben aber ihr möchtet uns hier nicht feiern sehen das können wir nicht akzeptieren rauchen ist natürlich auch weiterhin das thema an der playa ist es an ganz vielen stränden verboten hinweisschilder sind dort viele akzeptieren das ohne mohren nehmen die kippen mit versorgen entsorgen sie vernünftig manche aber wiederum sagen nein ab in sand damit reingedrückt und tschüss dann ist man einhellig der meinung nicht nur mallorca ist zum feiern da wir feiern genauso wo wir herkommen wir feiern in düsseldorf wir feiern in hamburg auf der reeperbahn wir feiern in stadtparks und in straßen die dafür geschaffen sind egal wo also einhellige meinung ist nicht nur die playa de palma ist zum feiern da sondern zu hause wird genauso gemacht ja das ist so grob umrissen ein punkt war noch autos wurden verband von der playa das heißt es ist eigentlich kaum noch möglich die playa komplett abzufahren mit dem auto man kann mal kurze strecken abfahren und dann muss man wieder runter und man tut es auch wer es nicht gut sind die ganzen zwei räder die aus sicht der urlauber viel zu schnell unterwegs sind also e-scooter motorräder e-bikes rattern da oder rasen dort entlang auch unter missachtung der geschwindigkeit die wohl bei 20 km h liegt und ja das wird wiederum von den touristen extrem bemängelt nachts muss man sich vorstellen laufen sie alle überall über die straßen und sind kriegen das natürlich auch mal zu schnell mit nicht mehr mit und es kommen kann und kommt auch hier und da zu unangenehmen zwischenfällen ja so viel dazu kein so angenehmes thema machen dagegen kann man nichts aber die wirklichkeiten die man hat wird man in zukunft ausschöpfen und im herbst winter sollen weitere maßnahmen beschlossen werden die eskalation an solchen orten wie magaluf und playa de palma zu verhindern und es wird was kommen es wird wahrscheinlich ein strikteres alkoholverbot geben es gibt natürlich händler die verkaufen aus plastiktüten und kisten heraus illegal und den möchte man auch an den kragen gehen wir werden gespannt sein dieses thema wird uns weiter verfolgen und wir werden darüber zu reden haben das letzte thema für heute ist ebenfalls ein unangenehmes wer bereits seinen urlaub gebucht hat und dieses für ende juni sprich extremfall zwischen dem 24 juni und dem zweiten juli dort kommt es zu streiks auf den klughäfen und das nicht nur auf mallorca sondern auch an vielen anderen orten denn haupt betroffene und hauptstreikaktive sind die von denen man das gar nicht erwartet sie sind die zuverlässigsten überhaupt nämlich rein er oder gehören zu den zuverlässigsten und da wird jetzt die arbeit niedergelegt und man darf gespannt sein wie das thema ausgeht es wird hoffentlich kein riesiges chaos stehen aber man berichtet auch flughafenpersonal wird die arbeit niederlegen von gewerkschaften dazu aufgefordert und das wird massive auswirkungen natürlich haben und das genau einhergehend mit dem beginn und den stattfindenden sommerferien also genau darauf achten auf die flüge die man gebucht hat was passiert da kriegen wir unseren flug oder wird er gestrichen findet er pünktlich statt oder hat er verspätung kann nicht umbuchen und so weiter also das ist natürlich ein thema das möchte man zu urlaubsbeginn oder urlaubsende wo man ja wahrscheinlich eng getaktet das ganze geplant hat mit arbeitsende und arbeitsbeginn oder ferienstart und ferienende auch dieses thema wird uns weiterhin beschäftigen ich sage für heute erst mal vielen dank fürs dabei sein und würde mich freuen wenn ihr den news auch weiterhin so große beachtung schenkt wie auch den orten die wir hier auf georgies kanal darstellen und nicht vergessen heute die playa de palma die kontraste zwischen palmer und der playa auch interessant auf der fahrt dorthin da gucken wir mal wie das ankommt ich sage heute tschüss adios und bei bei wünsche weiterhin einen traumhaften tag wie auf mallorca auch mit wind und wellen zur erfrischung bis dahin sage tschüss und adios bei bei bis zum nächsten mal auf georgies kanal und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020